Wo das Weserbergland endet, die Weser sich gen Norden wendet. Wo der Kaiser Wilhelm steht und die grün-weiße Fahne weht. Wo Menschen sich zusammenfinden, um Handball zu sehen, ja das ist Minden. Denn wir sind EWD, ihr könnt uns das ansehen. Denn wir, wir sind grün-weiß, unser großes Ziel, das ist Platz 1. Kommst du aus Stemmer oder Totenhausen, Meißen, Lehten, Arminghausen. Aus Rodenbeck, aus Bärenkämpfen, den Spielern wollen wir Beifall schenken. Aus Dankersen, aus Rahlen, Dützen, wir werden die Mannschaft unterstützen. Ob Böhlhorst, Nordstadt, Königstor, bei uns da geht der Handball vor. Ich bin Rückschläge, ich darf's nur finden, nach vorne zu schauen, ja das ist Minden. Denn wir sind GWD, ihr könnt uns das ansehen. Denn wir, wir sind grün-weiß, unser großes Ziel, das ist Platz 1. Kommst du aus Heverstädt, aus Kutenhausen, aus Hatten oder Päppinghausen, rechtes Weserufer, Innenstadt, wenn ihr da seid, geht alles glatt. Auch vor dem Dom, auch ganz das Weide, an der Schachtschleuse in Minderheide. Die Fanclubs werden euch begleiten, auch die Green-Teams stehen auf eurer Seite. Versucht mal solche Fans zu finden, die gibt's nur hier, bei uns in Minden. Denn wir, wir sind GWD, ihr könnt uns das ansehen. Denn wir, wir sind grün-weiß, unser großes Ziel, das ist Platz 1. Pause. Jawohl. Zhiv, haber! Untertitelung des ZDF, 2020